Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute möchte ich Sie zu einem ganz besonderen Abend an der Deutschen Oper Berlin einladen. Wir feiern 40 Jahre Orchesterakademie. Tatsächlich schon vier Jahrzehnte lang bildet nämlich das Orchester der Deutschen Oper Berlin jedes Jahr mehr als zehn junge Musikerinnen und Musiker aus, beziehungsweise weiter. Das Programm ist ein Querschnitt durch das Repertoire der Deutschen Oper Berlin. Einerseits sind das absolute Lieblingsstücke unseres Orchesters, andererseits soll es die Möglichkeit bieten, die berühmtesten Opernkomponisten durch kurze Ausschnitte kennenzulernen, ohne sich gleich auf einen dreistündigen Opernabend festzulegen, wenn man noch gar nicht weiß, ob einem das überhaupt gefällt. Das Orchester wird dirigiert von den Maestri Dominik Limburg und Ivan Repusic. Als Moderator des Abends freute ich mich sehr über ihr Kommen. Am Montag, den 18. März um 19 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!